Über 200 Meter hier zu ganz großen Zeiten auflaufen kann bei Lemaitre ist das was anderes. Zwei, die schon unter 20 Sekunden gelaufen sind, sind in diesem Feld. Er gehört dazu, Lemaitre aus Frankreich und natürlich Nduri aus Norwegen, der hier, wie gesagt, auf der Bahn 5 läuft. Nduri auf der Bahn 5, Lemaitre ist vor allem auf der Bahn 6, ganz, ganz stark ist Calvin Kanatra, nein, das ist Anasa Yudubovana. Und jetzt kommt Lemaitre und der zieht das durch, N2021. Christoph, Lemaitre, das ist Saison-Westleistung für den Franzosen bei der Tierscheidmeters, genau, minus 1,2 Sekunden Gegenwind. Ja, er liegt sogar auch noch.